Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder der Maximus. Ich begrüße euch zum Transportfieber und wir schreiben das Jahr 1960. Wir haben heute eine ganze Menge vor und zwar wurde ja schon oft genug gefragt, wann kommen die ersten Flugzeuge. Heute kommen sie. Und mit den Schiffen werden wir dann auch machen, aber ja, da müssen wir die Brücken natürlich dann anheben. So, ich will natürlich den Flughafen hier hinsetzen nach Berlin, obwohl das nicht viel Sinn machen wird, weil die Abstände einfach zu gering sind. Aber wir machen das einfach. Wir wollen einen Flughafen, wir bauen gleich einen richtig großen und dann werden wir ja in Flugrichtung Cottbus machen. Oder Dresden. Wir machen Dresden. Okay, wir haben aber noch ein paar neue Mods. Wir schreiben heute den 16.11. und dann werden wir uns einfach nochmal angucken. Das werden wir jetzt immer nur ein bisschen machen. Und zwar gehen wir mal hier rein und schauen uns mal bei Lokomotiven. Und zwar die Baureihe V200, die haben wir ja schon mal gesehen. Und das ist hier auch eine amerikanische. Das sollte auch ein Mod sein. Die hier, denke ich, ist auch ein Mod. Und die definitiv auch. So, bei Triebwagen oder hier Waggons haben wir die beiden. Die sind neu. Ab 1960. Passt ja. Und ja, hier ist weiter der kleine Schienenbus, glaube ich. Das sollte auch ein Mod sein. Bei LKWs gibt es weiter nichts. Also wir müssen natürlich die Jahre erstmal abwarten. Aber bei Busse haben wir hier diesen Mercedes. Wie gesagt, wir müssen da noch immer ein bisschen abwarten. Und dann wurde ja auch schon mal gefragt, ob man ja das Bildchen für mich machen kann. Na klar, könnt ihr machen. Das ist alles kein Problem. Okay. Das könnt ihr gerne bei Steam reinmachen. Und dann läuft die Luzi. Ich habe aber immer noch... Warte mal. Die Überlegung... Ich weiß gar nicht, wie man richtig jetzt hier ein Bildchen reinmacht. Aber ist egal. Irgendwie muss das gehen, dass man auch bei den Fahrzeugen dann sagen kann, Aha. Ich mache noch Minus. Farben. Dass ich da ein Logo reinmache. Ich bin da wahrscheinlich zu dämlich für. Aber... Der ein oder andere wird wahrscheinlich schon sagen, Max, du musst das und das machen. So. Aber... Bevor wir hier loslegen, müssen wir mal eine Pause einlegen. Und werden jetzt großartig hier mal einen... Abreißkommando starten. Weil wir wollen ja einen Flughafen. Ich habe ja gesagt, Flughafen. Und dann machen wir gleich den Flughafen richtig fett. Wir haben das Geld. Und dann nutzen wir das. Okay. Setzen wir den mal so hier gleich ran. Mal sehen, was er sagt. Er sagt, du sollst das nicht so machen. Okay. Machen wir so. Wow. Unser erster Flughafen. Setzen wir natürlich hier gleich eine Straße ran. Das machen wir. Und hier ist auch eine Straße. Die setzen wir natürlich auch hier ran. Ja, das will er gar nicht, wa? Die will er gar nicht. Nee, das will er nicht. Aber... Wir werden... Na, das ist jetzt so doof. Das müssen wir noch mal abreißen. Hier ein Teilabschnitt. Weil wir werden hier definitiv noch irgendwie... Den Nahverkehr ran... Ranbauen. Hm, das will er nicht so. Ich will eigentlich hier eine fette Kreuzung machen. So. Okay. Wir haben den ersten Flughafen. Und... Gucken wir uns das Ding mal an hier. Wow. Aha. Hier könnte ich aufrüsten. Wir haben auf komplett aufgerüstet. Berlin West. Okay. Hier könnt ihr die Flugzeuge angucken. Und... Jetzt... Werden wir... Sind die Geräte, die wir hier wählen können? McDonnell, Douglas, Lockheed. Dann haben wir hier... Das sind schon einige Flugzeuge hier am Start. Und 5 Millionen. Na klar. Wir haben ja gesagt, wir wollen in Dresden auch einen Flughafen machen. Obwohl Dresden überhaupt noch nicht richtig... Hier erschlossen ist, werden wir es trotzdem wagen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass der Flughafen gar nicht so richtig Profit macht. Weil die Abstände einfach zu gering sind. Egal. Wir könnten natürlich auch einen Clan machen. Und weil Maximus so auf Cottbus steht, werden wir versuchen mal hier einen kleinen Flughafen hinzusetzen. Mal sehen, ob wir das hier... Ich hätte ja gar nicht den hier drin gehabt. Gerade hier zum Bahnhof. Okay, das machen wir. Aber wir werden jetzt hier diese... Wieso kann ich das jetzt nicht abreißen? So. Wir setzen jetzt hier den kleinen, süßen, niedlichen Flughafen ran. Mal sehen, wie weit wir hier reinbauen können. Na, was ist hier? Kollision, Kollision, Kollision. Bam! Jetzt haben wir es. Und dann können wir jetzt auch hier... ...unserer Straße mal hier so heransetzen. Nein, 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 nein. Ne, wollen wir nicht so. Sag uns nicht, dass wir es nicht so machen, wie wir es machen wollen. Ah, geht doch. Cool. Haben wir. Hier setzen wir einfach auch so eine Straße. Ah, lassen wir es mal so. So, wir haben jetzt so drei Flughäfen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine neue Linie. Wir gehen mal auf Luft und werden jetzt nicht großartig da was machen. Wir sagen aber, wir wollen ein... Ach, was... Ach, machen wir mal so eine Farbe. Okay, er soll von hier... Guck mal hier, was für ein Radius der auf jeden Fall braucht, bis hier fliegen. Ähm... Und natürlich Passagiere. Okay, machen wir die Linie. Ja, die machen wir, ne? Die werde ich dann irgendwie noch umändern. Dann werden wir noch eine neue Linie machen. Und zwar nach... ...Cottbus. Und dafür fliegen wir aber mal Güter, ja? Hier... ...und hier. Okay. Und... ...da werden wir jetzt mal schauen. Wir werden... ...ein großes Flugzeug hier nehmen. Die hier... ...kaufen. Und... ...dann... ...kann ich da noch irgendwie was machen. Bei den Farben. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht irgendwie was auswählen kann. Hm... Vielleicht habe ich das irgendwie nicht richtig implementiert. Oder es geht nur bei gewissen Fahrzeugen. Linie 1 zuweisen. Und jetzt diese Frachtmaschine kaufen. Und die werden wir Linie hier zuweisen. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Da müssen wir mal... ...Pildchen machen. Das ist ja... Wow! Hier werden wir natürlich überall noch ein bisschen Gras hinbauen. Jetzt fliegt er... ...jetzt geht er erstmal auf seine Runway. Und wenn das erstmal richtig ankommt... ...dann sind die Leute auf jeden Fall... ...erst mal... ...richtig froh darüber, dass sie hier... ...zum Flughafen kommen. Oh, hier so eine schöne alte Puppettermaschine. Na herrlich! Na, das sieht doch gut aus. So... ...die Tür auf. Hehehe... Jetzt wird er starten. Der AeroFlight Simulator hier. Das werden wir mal richtig schön beobachten. Äh, was ist hier los? Achso, der wartet. Können wir mal irgendwann andere Züge draufsetzen, ne? Den Omnibus. Oh, guckt euch mal an, was hier in Berlin los ist. Los, Jungs! Der Flieger muss starten. Hier werden wir alles noch mit Bäumen hinsetzen. Ich muss natürlich hier noch die Verbindung wieder neu... ...könnte ich eigentlich hier so lang gehen. Genau, könnte ich machen. Guck mal, wie lange das dauert. Also, das müssen wir definitiv eine große Karte spielen. Und jetzt gibt er auf jeden Fall mal richtig Schubrakete. So, ready to take off. Wow! Foto. Sieht das nicht herrlich aus? No, ein Foto. Mit so einer schönen alten Maschine. Das sieht das nicht geil aus? Jetzt fliegt er langsam. Und hier, wie die Turbinen so gehen, ne? Ja, das ist schon cool. Da gab es auch schon Werbung. Aber mit den Schiffen werden wir noch ein bisschen warten. Weil hier muss ich wirklich eine ganze Menge Infrastruktur machen. So, jetzt schauen wir mal den anderen Flieger da hinten gleich an, ne? Wow, unsere City. Erstmal schön über den Cockpus rüberballern. Und dann schauen wir uns die Landung hier an von der Maschine. Und dann werden wir die Landung von der anderen Maschine anschauen. Die müssen wir auch mal angucken. Aber ein bisschen schneller hier. So, jetzt geht's Fahrwerk runter. Jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass er hier irgendwo gegen die Bäume ballert. Und dann bin ich ja echt gespannt, wie das alles dann funktioniert. Hier unten fährt noch so ein altes Fahrzeug. Na ja. Wir schreiben das in den Jahren 1960. Ah, gefährliche Landebahn, ne? Das ist schon... Hier mit den Bergen. Da muss er die Sarajevo-Landung machen. Ah, das kriegt er gut hin. Guckt euch an. Jetzt bin ich auf das Geräusch gespannt, wenn der anfängt. Hier dieses Bremsen. Ja, geil. Okay, wir werden jetzt mal den anderen Flieger nehmen. Wo ist er? Ist der schon gelandet? Ach, da ist er. Ah, nee. Alter! Heie, habt ihr das gesehen, ey? Das war ja eine richtig knappe Geschichte. Okay. Ja, dann schauen wir mal, was da dann noch so kommt. Hier kommt der andere Zug. Alter, da brauche ich auf jeden Fall keine Dings machen. Das ist einfach sinnlos. Ist das nicht herrlich? Hier kommt der Zug angeballert. Okay, wir werden es... Ich gehe davon aus, dass es hier kein Plus macht, ne? Das ist, äh... So. Ach, schön. Hier ist Deutsche Bahn drauf. Ich habe da auch so ein Mod, wo Deutsche Bahn und sowas alles, aber das kann natürlich auch alles, ähm... schon Feuer gewesen sein. Und da kommen gleich zwei angeballert. Und da kommen gleich zwei angeballert. Noch eine alte Dampflok. Oh, das ist schon ein richtig großer Häuser hier. Und es warten sehr, sehr, sehr viele Passagiere hier auf Mitnahme. Wir müssen sowieso jetzt die Strecke umbauen. Ach, guck mal an, ist das nicht herrlich? Und da kommt der Nächste zu... Aber was ist denn hier los? Berlin, der absolute Knoten. Die Dampfloks erstmal ordentlich raus. Wenn wir dann noch andere, ja, Haltestellen haben, dann wird es so richtig. Guckt euch mal an, wie viele Leute hier unterwegs sind. Das ist, äh, nicht schlecht. Aber, wir können ja mal schauen. Guckt euch mal hier an. Ich habe eine große Station. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich die große Station hier in das Spiel bringe. Äh, jo. Haben wir. Und ihr seht, da haut was nicht richtig hin. Dieses Terraforming hier. Müssen wir mal ein bisschen angleichen hier. Das haut nicht richtig hin hier, ne? Das ist noch nicht so... Warte mal. Guck mal her. Ah, muss ich das hier nochmal wegreißen? Das wollte er jetzt nicht so richtig, ne? Das, äh... Pass mal auf, kann ich... Was ist, wenn ich das Ding wieder wegreiße? Jetzt hat er es gerade gemacht. Jetzt werden wir mal so machen. Oh, ganz schöne Berge, ne? Na ja, wir haben auch noch ein bisschen angleichen hier. So, jetzt probieren wir es nochmal. War vielleicht ein bisschen umständlich. Hey, du sollst... Wir müssen aber Pause machen hier. Das ist ja... Die bauen ja schon wieder Häuser hier. Das ist... Macht man nicht so schnell hier. Warte mal, ich muss hier nochmal ein bisschen angleichen hier. Warte... Hier nochmal ein bisschen hochsetzen. Und jetzt, äh... Angleichen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das richtig hinsetzen können. Okay. Nicht schön, aber selten. Gut. Ah, ja. Wir können ja probieren, ob wir dann hier... Oh, was ist denn das hier? Äh... Ach, Schallschutzwände. Das würde ja wahrscheinlich so ein bisschen Sinn machen. Wir müssen ja hier so entsetzen, ne? Ja, das ist blöd. Ja, so eine Schallschutzwände, das macht auf jeden Fall auch Sinn. Das sind die Fabriken. Macht Sinn. So. Jetzt sieht es nicht ganz so bekloppt aus jetzt. So. Alles klar. Jetzt werden wir... Was gibt es denn hier noch alles? Wir können ja hier ein paar Klamotten hinschmeißen. Ach, das hat er nicht so richtig genommen. Verdammt. Muss ich nochmal abreißen. Ach, das ist ja alles nicht so einfach hier. So, nochmal. Und zwar Schallschutzwände. Wo haben wir das? Wo haben wir die Schallschutzwände? Ach, hier. Ein bisschen mehr Abstand. Hier, so machen wir es. Okay. Und jetzt werden wir Bäume hinpflanzen, ne? Mal sehen, gibt es ja irgendwelche neue. Oh, was gibt es hier noch alles Neues? Das kennen wir alle schon. Oder ich zumindest. Jetzt setzen wir mal ein paar Bäume hin. Ein bisschen hübscher, dass man hier diesen ganzen kahlen Dreck hier nicht sieht. Na, aber hallo. Das ist doch... Okay, Kollision. Okay. Haben wir jetzt gemacht. Die Zeit ein bisschen weiter. Und jetzt müssen wir mal schauen. Die Station könnten wir eigentlich wegmachen. Wir müssen mal gucken, wie jetzt hier die Straßenbahn aussieht. Und zwar Berlin. Die Neuen. Wenn der jetzt sich... Hier ankommt. Ja, die Zehn. Dann wieder... Ah, wie machen wir es am blödesten? Ha. Der fährt jetzt immer hier so rum. Oh Gott. Ich denke mal, das muss ich mir in Ruhe denn mal angucken. Bis wir dann hier... Ja, er macht ordentlich Minus, ne? Das ist natürlich klar. Da fliegt kein Mensch mit. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal richtig angucken, wie ich hier am besten den Sektor abhandle. Denn wir müssen auch mehr Busse hinsetzen. Und ihr seht auch schon, mein Bahnhof, da Berlin Cottbus, da muss ich auf jeden Fall einen neuen Zug machen. Das machen wir nächstes Mal. Ein neuer Zug. 1965. Und so lange werde ich jetzt erstmal ausprobieren, bis ich hier halt wieder auf dem grünen Zweig bin. Dann werden wir auch einen Güterzug machen mit den neuen Anhängern. Und warum wartest du hier vorne? Weil ich wahrscheinlich hier irgendwo kein Signal hingesetzt habe. Jo. Ich werde auf jeden Fall hier noch ein Signal hinsetzen. Gibt es neue Signale? Ne, ich habe kein neues Signal. Ich setze es mal hier noch hin. Und dann läuft die Yuzi. So. Dann machen wir erstmal hier einen Cut. Es blüht alles hier. Und wenn wir dann irgendwann eine größere Karte machen, dann macht das hier auch auf jeden Fall mehr Sinn. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.